was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen video hier auf meinem kanal und heute ist einfach wieder dabei mein und leute heute gibt es ein ankündigungsvideo was wirklich sehr groß ist und eigentlich auch ziemlich viel zeit gekostet hat nämlich leute ich und mein bruder eröffnen unseren eigenen fortner clan und die idee dazu leute ihr wisst die in gestern im stream dabei waren wissen wir haben es nämlich gestern im stream entschieden dass ich so einen fortner klammern machen soll leute wir haben sogar schon einen namen für den klan nämlich es zwei h das habt ihr nämlich gestern im stream entschieden entschieden ja so spricht man das und leute alle wichtigen infos werde ich euch in diesem video sagen zu dem klan was ihr machen müsst leute bleibt auf jeden fall dran also der also leute wir sind jetzt hier schon mal gelandet auf ganz entspannt also leute wie gesagt ich und mein bruder öffnen einen fortner clan und ich hoffe das wird es wird sogar leute ich hoffe ihr kommt doch alle in den klan rein leute es wäre einfach nur mega cool wenn ihr auch reinkommen würde und was ihr dafür tun müsst leute also der erste schritt was sie dafür machen müsst ihr müsst eine bewerbung machen ihr ladet nämlich auf euren kanal ladet ihr einfach irgendwie so ein paar bauglips hoch oder wo ihr in creative ein bisschen bauen tut ladet das dann auf euren kanal hoch mit ich stieg es mit hashtag s2h leute mit dem titel s2h bewerbung klan bewerbung leute und dann leute gucken ich und simon eure klan bewerbung an und reagieren darauf auf unseren kanal leute also wir tun dann ich reagieren auf meinen kanal auf eure bewerbung und wenn ihr gut genug seid für den klan ihr müsst doch nicht mehr so gut sein wenn ihr auch ein bisschen schlechter seid leute wir wollen ungefähr wissen wie gut ihr seid und wenn ihr uns halt passt so weit wie ihr seid wenn ihr gut seid oder auch schlecht seid ihr müsst einfach nett zu den anderen leuten im klan sein dürft ihr nicht beleidigen und wenn ich ich und simon sage ihr seid gut genug oder ihr seid halt dass ihr rein könnt danach schicke ich euch einen link über discord und da könnt ihr dann in unserem discord klan beitreten und da ist dann findet dann der ganze clan statt da könnt ihr mit mir zocken da könnt ihr da könnt ihr auch ein paar meiner videos mitmachen zum beispiel bei stimmt zum beispiel stefan sagt könnt ihr dann auch immer richtig gut mitmachen leute kommt auf jeden fall in den klan leute wie gesagt ihr müsst eine bewerbung machen und ich und simon also mit dem hefte leute mit hashtag s2h macht ihr dann eine bewerbung hashtag s2h klan bewerbung ganz entspannt ich und simon reagieren dann drauf und leute mehr müsst ihr auch nicht machen wie gesagt leute ihr müsst auch nicht gut sein ihr müsst einfach nett zu den anderen klaren mitgliedern sein das ist das wichtigste die ersten kommen ja ihr müsst nicht so viel beachten es geht halt hauptsächlich nur damit ihr nett zueinander seid im klaren weil ich möchte keine beleidigungen und so haben leute jeder darf rein jeder der gern möchte ihr müsst einfach nur auf euren kanal eine bewerbung machen und wir gucken es dann an ich und simon reagieren dann drauf und ich hoffe ihr direkt auch nach diesem video leute nach diesem video könnt ihr die ersten bewerbungen abschicken wie gesagt mit dem hashtag ms2h dann können wir es nämlich sehen könnt ihr danach direkt eine bewerbung abschicken auf ganz entspannt leute wenn ihr heute schon die bewerbung macht dann reagieren wir wahrscheinlich schon heute auf eure bewerbungen wenn schon jemand mal eine gemacht hat leute wie gesagt es ist ganz einfach ist einfach nur diese folgenden schritte beachten dann geht das hier ganz einfach und wie läuft es gerade bei dir so wie gesagt mein bruder ist auch drinnen mein bruder wird wahrscheinlich auch noch eine bewerbung machen ja mein bruder macht auch noch eine bewerbung weil wie gesagt jeder muss eine bewerbung machen auch wenn es mein bruder ist leute natürlich aber wie gesagt die müsste ich gut oder schlecht sein hauptsache ist einfach nett wie gesagt sind eine hosen army und den s2h haben habt ihr habt ihr ja gestern im stream entschieden dass wir ihn so nennen sollen also leute wie gesagt ja heute ich hoffe ihr macht hier oder nicht nur ein oder so im klaren es wäre jetzt nicht so cool einfach einfach das wäre einfach cool von euch nicht war mit dem also das wäre mega cool und es wird auch nicht langweilig im klaren da verspreche ich euch sogar wie gesagt mein bruder ist auch drinnen ich hoffe ihr habt jetzt alles verstanden was sie machen mit mir sogar zocken ihr könnt auch mit meinem bruder zocken natürlich ich habe gedacht unsere community ist auch schon groß genug für einen klaren und ihr könnt da alle wie gesagt ihr könnt alle kommen könnt ihr könnt alle reinkommen kostenlos leute ihr müsst einfach nur eine bewerbung auf euren kanal machen